Musik Ich nehme den mal wieder ab, ja? Das machen Sie richtig super, Herr Hitler. Das ist ja für, dass Sie das doch mal machen. Geben Sie mal was ein, irgendwas, was Sie interessiert. Weltherrschaft und suchen. Eine wunderbare Technologie. Das Internet. Sagen Sie, wer kontrolliert das Ganze eigentlich? Es gibt doch jetzt kein Reichspropagandaministerium mehr. Nee, das läuft jetzt auch ziemlich unregelt im Netz, mein Führer. Ja? Das ist gut zu wissen.